Christ, was ist mit deinem Arm passiert? Es ist kompliziert. Ich muss nur eine Sache wissen. Ich habe beide meine Arme in dem Arm, oder? Ja, natürlich. Sind Sie okay? Können Sie was tun? Ja, wir können das einfach nicht mehr machen. Hast du den Arm gefunden? Ich habe es, aber ich habe es auf meinem Weg hier auf einem Automativen-Tram-Thing, um ihn zu 5 Uhr. Also es sollte irgendwo sein, irgendwo. Das ist großartig. Lass uns ihn holen. Und damit willkommen zurück bei Soma. Ja, ich wollte jetzt sehr guten Kerstin nämlich hier nicht reinreden. Okay, alles klar. Also sie hat jetzt gerade dafür gesorgt, dass wir hier... Oh, stimmt. Wir waren ja ein bisschen angeschlagen. Uh, dann hoffe ich mal, dass ich hier... Hast du, was mit dem Arm-Team-Ark-Tam? Nicht wirklich. Für einen Grund haben sie nicht mit dem Launch gegangen, also haben sie den Arm-Ark zurückgebracht. Ich hoffe, dass alles okay ist mit dem Space-Ark. Ja, ich wüsste, dass ich einen von diesen anstrengend kann. Ich glaube, da ist... Ja, könnte da die Idee, könnte eventuell dort sein. Ich muss mich erst mal heilen. Das fühlt sich als der längste Tag in meinem Leben. Ist es nur noch ein Tag? Ich habe keine Ahnung. Unsere Zeit zusammen ist ein verreichterer Moment für mich. Welcher Zeit ist es dann? Welcher Tag? Es ist May 11. 20. Wundervoll 4. 3.30 Uhr. Aber ich meinte nicht, wann wir angefangen haben. Ich wüsste jetzt in meinem Bett heute. Es ist nur so, dass es 100 Jahre vorhanden ist. Das klingt wie real. Ich wüsste heute in meinem Bett, 100 Jahre vorhanden. Wer bin ich? Wer bin ich? Es ist verrückt, wo ich bin. Nicht nur ist es der Zukunft, sondern es ist in der Mitte des Sees. Ich weiß nichts von diesem Zeitpunkt oder was die Welt sieht. Das interessiert die irgendwie gar nicht, oder kann das sein? Was machen Sie, wenn Sie in der Arche kommen? Was ist das erste Sache? Bezüglich, dass der Arche sicher ist. Stabiliziere den Flugplanen. Aktiviere die Solarschereien. Was ist das erste menschliche Sache, was Sie tun? Oh. Wollen Sie die Wolken runterkommen? Das klingt? Ich würde sagen, dass das so. Oh. Ähm. Ja, wofür brauchen wir das jetzt? Ich bin jetzt einfach hier rumgelaufen, ich hatte eigentlich mehr Catchment zugehört gerade. Und gar nicht wirklich geguckt, was wir hier machen müssen. Ich glaube, hier rüben, äh, hier rüben, ne? Ja, hier rüben, da müssen wir das einsetzen. Oder dort? Ne, da geht gar nicht. Da ist ja hier schon besetzt. Okay. Ich wollte aber eigentlich oben nochmal gucken. Das Problem ist nur, dass es immer so ewig lang dauert, dass wir die Leiter hoch sind. Weil es ist zwar schön, dass wir jetzt hier durch können. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht hier wieder einen aufgeweckt habe. Das sieht aber gut aus. Da ist doch unsere... Okay, alles klar. So, pass auf. Ich gehe aber trotzdem gerade nochmal nach oben. Entschuldige bitte. Aber ich will ganz kurz gucken, was oben in der anderen Tür noch war. Und hier ist ja auch noch eine Tür. Oh, warte mal. Dann gehe ich doch erstmal hier rein. Ähm, okay. Nääääää. Wieder zu viele Wege. Das ist irgendwie doof. Ah, hier können wir nämlich noch was hören. Und diesmal hat er sogar einen Kopf. Das heißt, wir können uns... Sie sagen, dass wir es hier unten halten? Das muss nicht den ganzen Grund? Eternity among the Starren? Erinnern Sie mich? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here. And we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel. And then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project. My Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark. I'm taking it. No, you're not. I'm not going to let you ruin this. Stop it. Guys, calm down. Get away from me. No. What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine... Ah, yeah. Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you... Oh. You mean Catherine? Don't worry. It's better this way. What do you see? It's like a huge open shell. A bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. Right. I'll go pick it up. Okay. Also, die Sache ist dann klar. How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk the Ark launch. Thought I might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launch. Ah, ich verstehe. Sie hatte sich, glaube ich, schon... Sie hatte sich vorher schon in die Ark... Äh, ja, in die Ark geladen. Ich glaube, deswegen kann sie sich daran nicht erinnern. How did they kill me? Catherine. I know, I'm not an easy person to like. I just thought, they trusted me. Come on. Don't do this to yourself. Genau. Die hatten quasi vorher schon... Äh, ja, ich glaube... Also, Catherine hatte vorher schon dafür gesorgt, dass ihr Verstand in die Ark geladen wird. Deswegen weiß sie davon natürlich nichts mehr. Denn, ja, ne, das ist danach passiert. Ich habe mich nämlich gerade gefragt... Hast du Freunde in Toronto, Simon? Real Freunde? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, so im realen Leben, also wenn ich jetzt Simon wäre... Ja, aber was macht ihr denn? Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn dann? Tausend Jahre in dieser Kapsel und dann? Ja, sorry, aber irgendwie... Ist das nicht so... Ich... Ich weiß nicht. Das ist doch... Das ist doch keine Lösung. Also keine Dauerlösung. Was wollen die denn dann später machen? Ach, du Heilige. Ähm... Ach, ich weiß nicht. Warte, ich gehe erstmal hier... Ich habe hier so viel zu machen. So, Standortkarte. So, Lager blinkt irgendwas. Ich glaube, da wird das Ding sein. Oder wie? Oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da blinkt. OWK-Überblick. Das Ding ist loaded into a shell. The shell is accelerated by electromagnets along the path. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before aggression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard-Thrusters settle the satellite into an orbit. Das erinnert mich total an Jules Verne, die erste Reise zum Mond, wo auch eine riesige Kanone dazu benutzt wird, um Menschen ins Weltall bzw. zum Mond zu schießen. Nur, dass es hier halt nur in den Orbit geht. Das reicht ja dann auch, ne? Ja, gut. So. Eingehend, ausgehend. Aktivität. Unsignierter Besuch von Air Harbor. Start der ARC. Ein letzter Besuch. Okay. So. Pension abgeschlossen. Benutzer, Fernmeldungssatellit. So. Wir hatten... Laut ihr hatten wir eben 2.104, oder? Nach 10 Jahren einwandfreien Betriebs wird die Omega-Weltrahmenkanone abgeschaltet. Es durfte jedoch eine Apokalypse entlassen. Es bedurfte jedoch eine Apokalypse entlassen zu werden. Okay. Hm. Hat ihr... Ne, was hat sie eben gesagt? 2.103 oder 2.104? Ich... Ich muss nochmal in die Aufnahme gucken. Weil das hieß nämlich, dass jetzt ein Jahr quasi fast schon hier Stille ist. So, Freunde. Was ist denn jetzt hier Sache? Hier sind wir reingekommen, ne? So. Ich würde mich nämlich gerade noch gerne hier hinten noch einmal ein letztes Mal umschauen, bevor wir jetzt runtergehen um... So. Service Area. Was haben wir hier noch? Bevor wir runtergehen und die ARC starten. Ich will halt nichts verpassen, wenn wir hier irgendwo noch Loks haben, auf die wir zugreifen können. Irgendwelche letzten... Ja, Nachrichten, die wir vielleicht noch lesen können. Und, und, und. Und ich habe übrigens... Das Gefühl... Warum auch immer ich das habe... Dass das nicht so einfach werden wird gleich. Ich hab das Gefühl, dass wir hier noch Besuch bekommen. Wobei eigentlich... Bin ich noch... Bin ich noch eigentlich angeschlagen? Warte mal. Wobei eigentlich dürfte jetzt nichts mehr passieren, weil... Wir die WoW ausgeschaltet haben und die... Ja, die Menschen, in Anführungszeichen, die hier rumgewatschelt sind... Oh, was soll man hier noch? Rotation bereits nach Tau verlegt. Seht zu, dass ihr niemals... Dass ihr hierher zurückkommt, wenn ihr Hunger habt. Kowski. Okay. Das heißt, die sollten eigentlich nicht mehr leben. Also, ne? Diese... Wesen, nenne ich sie mal. Die dürften eigentlich nicht mehr existieren jetzt, wo wir die WoW ausgeschaltet haben. Wenn sie es doch noch tun, dann... Ja, dann... Keine Ahnung, was dann ist. So, was ist hier? Ach so. Ach, hier geht es auch noch. Zugriff gewährt, hä? Ach so. Service Area, war haben wir jetzt? Ja, Dive Room. Ja, gut. Dann haben wir ja hier alles, oder? Loading Dock. Und hier geht es zum Lounge Doam. Ich denke mal, da müssen wir dann gleich hin. Wenn wir hier fertig sind... Genau, okay, alles klar. Gut, dann haben wir hier alles. Also, laden und dann zum Lounge Doam. Und dann geht es los. So, sorry, dass es ein bisschen lange dauert. Aber wir sind hier ein bisschen angeschlagen gerade, wie man sieht. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, vernünftig eine Leiter runter zu steigen, um es mal vorsichtig auszudrücken. So, okay, alles klar. So, dann würde ich fast sagen, wir brauchen jetzt Strom. Beziehungsweise, eigentlich brauchen wir erstmal... Moment, wo hatte ich denn... Ich hatte irgendwo das Ding jetzt eingesetzt. Moment! Meine Orientierung ist mal wieder vom allerfinstersten heute. So, hier können wir nämlich auch noch eine Sicherung einstecken. Hm, dann das Rohr rein geht nicht, ne? Ich bin gerade überlegen, ob ich die Sicherung erstmal hier einführen soll. Weil es gibt mehrere Stellen, wo man das machen kann. Habe ich ja gerade gesehen. Äh, da habe ich sie nicht reingestopft. Wo war denn jetzt dieser verdammte Raum? Ach ja, hier. So. Wir können das Ding auch wieder... Achso, hier ist sowieso... Hier ist die... Genau. Hier ist es. Wir haben die Arke zurück. Gut, Simon. Geh es in die Assemblies-Spaße und laden die Bolle. Gut, ähm, ich muss mal gerade was gucken. Sehr schön, weil das brauche ich wahrscheinlich. Wenn ich die jetzt nehme, kann ich die ja nur direkt absetzen. So, kann ich mich... Ich kann mich damit sogar ducken. Okay, ich hoffe, dass jetzt hier... Mich niemand versucht aufzuhalten. Das wäre schlecht. Mann, weil man bedenkt, dass ich jetzt hier lebende Seelen durch die Gegend trage. Ich nenne es jetzt mal bewusst Seelen. Ganz einfach aus dem Grund. Warte mal. Ich will... Ich gehe gleich dahin. Ich will nur schnell hier auch nochmal gucken, was ich... Hier einsetzen kann. Das geht nicht, ne? Ne. Okay, ich tue die Arke mal platzieren und dann schauen wir mal, ob ich da vielleicht den Chip noch reinkriege. So, der Montageplatz. Das kann ja dann nur hier sein, oder? Gut. So, bevor ich den Chip da einsetze, gucke ich jetzt aber gerade nochmal hier hinten. Denn da kann man den ja gegebenenfalls auch einsetzen. Moment. So, was ist hier? Wofür ist das hier gut? Ist das hier überhaupt für irgendwas gut? Electric Hazard. Ja, das ist nur für den ganzen Bereich hier, ne? Ich glaube sonst... Warte mal. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas zum... Oder das ist für... Ne, wohl. Das ist ja auch ein Loungeplatz. Es sind zwei verschiedene. Also ich nehme mal an, dass das vielleicht für verschiedene Sachen gedacht war. Keine Ahnung. Weil das hier sieht ja auch aus wie ein Torpedo-Rohr, ne? Sag ich mal. Und hier genau das gleiche. Nun gut. Aber natürlich müssen wir hier. Okay, so. Nutzlast erkannt. Alles klar. So, macht's gut, Leute. Ich werde euch gleich joinen. Ja, ich join auf euren Server. Ja. Irgendwie finde ich das nicht so lustig. Aber gut. Irgendwie doch. Es ist irgendwie total weird. Also, tut mir leid. Es ist einfach total weird. Okay. Äh, das haben wir. Hier kommt... So, schade. Ja, die zieht wahrscheinlich Energie hier raus, anstatt reinzuführen. Alles klar. So, hier hatten wir sonst alles. Da haben wir die Sicherung her. Dann würde ich sagen, einmal zurück. Okay. So, einmal zurück und dann... ...rüber zur Abschussplattform. Und auf einer Sache sollten wir uns klar sein. Wenn wir jetzt gleich in die Arc gehen, wird wieder eine Kopie von uns zurückbleiben. Ja, natürlich. Das ist ganz klar. Also, ich bin mal gespannt, wie die das Problem lösen wollen. Weil dieser Simon müsste dann auch getötet werden, irgendwie. Also, der jetzige Simon. Und wir sind ja dann gleich wieder ein anderer Simon. Oh, das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert einfach. So. Vorlein. Wie sieht's aus? Wir haben geloadet. Und jetzt? Service. Warte mal. Äh, Launch Dome. So. Hier würde ich jetzt gerne hin. Aber das geht noch nicht, oder? Äh... Ja? Ja, weiß ich. Tunnel Transport. Okay. Personal. Ja, okay. Ah. Und jetzt? Catherine? Was muss ich jetzt machen? Ich dachte, ich muss jetzt hier oben in den Launch Dome. Ähm... Hallo? Das ist jetzt... Nicht so lustig. Ich dachte, ich müsste jetzt hier... Service Area... Ja. Hä? Muss ich jetzt doch noch unten irgendwas machen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wär's jetzt. Und ich müsste jetzt nur noch... Hm. Okay, dann müssen wir nochmal nach unten. Vielleicht muss ich die Sicherung jetzt wieder rausholen. Aber warum? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich dachte, das wär's jetzt gewesen. Launch Dome. Mit Omnitool schwenken. Kann ich hier nicht. Ich hab mein Omnitool noch drüben. Ja, Catherine. Äh... Ich kann doch nicht mit dir reden, ne? Ja. Hallo, hier. Sag mal grad, was ich machen soll, bitte. Das wäre super. Okay, dann muss ich wieder runter. Dann haben wir unten noch was vergessen. Ach, ja. Ich würde hier einfach runterspringen. Aber das ist nicht so gut. Weil wir haben nur noch einmal die Möglichkeit, uns zu heilen oben. Und, ähm... Ja, das möchte ich dann nicht so unbedingt. Okay. Komm schon. What is to do? What is to do now? Also. Komischerweise... Ist jetzt hier... Warte mal, kann ich hier drücken? Ich kann den Chip nochmal rausnehmen tatsächlich. So, und hier... Nutzlast erkannt. Ah! Entschuldigt, bitte. Entschuldigt, das hab ich nicht gesehen. Den Knopf hab ich total übersehen. Alles klar. Gute Reise, Freunde. Wir sehen uns. Okay. Mal gucken, dass alles gut geht. Okay, Tür schließt sich. Torpedo geladen. Und wieder nach oben. Alles gut. Lock and loaded. Wie Simon gerade schon... Richtig gesagt hat. So, grad nochmal gucken. Hier war jetzt sonst nichts mehr. Dann haben wir alles... Da haben wir uns geheilt. Ja gut, dann... Ab nach oben. Ich bin jetzt gespannt, ob das ohne... Irgendwelche... Zwischenfälle funktioniert. Ich bin echt gespannt. So. Jetzt was? Jetzt müssen wir nur die Schall unter die Schall... Und dann... Kaboom! Nichts vergessen, was? Wie werden wir uns auf den Arken bringen? Nichts brauchen wir noch einen Schall? Oh, keine Angst. Du operierst nicht so etwas wie die Omega-Space-Gun... mit deinen kleinen Händen. Du meinst... Es ist ein Pilot-Sitz? Wie zurück in Omicron? Ja, und wir können es nutzen, um dich zu den Arken... während der Schall operieren. Zwei Pferde und all das. Jetzt, fahre das Omni-Tool... und plug es in neben dem Sitz... und ich werde dich über die letzten Schritte... Genau das habe ich nämlich... mir bereits gedacht... dass das so ist. Oder so kommen wird, ne? Okay. So, wahrscheinlich geht es jetzt wieder... ins Wasser, ne? Ja, natürlich. Ah, ja. Ein letztes Mal. Hoffentlich. Wobei ich die Unterwasserszenerie... eigentlich geil finde hier. Das ist schon sehr gut gemacht... muss man ehrlich sagen. Okay. Ah, Druck wird ausgeglichen. Okay.